Und da hat sie erzählt, dass sie heiratet und mich gebeten, ob ich vielleicht am Polterabend auflegen kann. Ja was? Soll ich's mir den Rest meines Lebens alleine machen, nur weil du mich vor zwei Jahren verlassen hast? Davon ist nicht auszugehen, wenn du alles vögelst, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Wie bitte? Weißt du, wie ich mich gefühlt habe, als deine beste Freundin mir berühmt war und von diesem Snowboardzwerg erzählte? Zum Zeitpunkt des Verkehrs war er über 18. Das war nicht mal eine Woche, nachdem wir, nachdem du... Nachdem du dieses Hals am Haus gebumst hast, einen Tag vor unserer Hochzeit. Und das willst du mir jetzt ein Leben lang vorhalten? Ich will dir gar nichts vorhalten. Du interessierst mich nicht mehr. Du bist ein Fliegenfurtz. Ein was? Ach, erzähl mir doch nicht, dass Melly dich nur eingeladen hat, weil du im Strange diese komische Motorn-Scheiße spielst. Sie wird keinen kennen, der auflegen kann. Bitte? Vor ihrer Verlobung hat diese Nutte jeden zweitklassigen DJ gefügelt, der nach dem dritten Wort gar eine Plattenkarriere versprochen hat. Na und? Dann ist Melly halt eine Nutte, aber in Wem sagt zu dir, eine mit Stil. Also war nett, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen. Aber ich bin schon seit sieben Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich füll ihn mal auf den Zahn. Linus, jetzt mal im Ernst. Weißt du, was Liebe ist? Aha. Er hält die Frage für rhetorisch. Er glaubt, die Antwort sei einfach. Klar weiß ich das. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Vielen Dank.